Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Auswertungsvideo. Und zwar vielleicht zu Beginn möchte ich sagen, danke, danke, danke für all die Teilnehmer, die mitgemacht haben, die Spaß bei der Sache haben, sich mitbewirkt haben, mit daran teilgenommen haben im Gewinnspiel. Muss ich auch natürlich sagen, habe ich natürlich alle mit berücksichtigt, die sich dafür qualifiziert haben. Gab es aber auch den einen oder anderen Kommentar, wenn ihr euch die Kommentare durchlest, die ich natürlich nicht gewertet habe. Wer also es schafft, nur drei Wörter zu schreiben oder wirklich nur eine Zeile zu schreiben, dann muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, finde ich es persönlich sehr schade und einfach dann, ja, es ist einfach für mich nicht verständlich. In meinem Video habe ich es ja ganz klar gesagt, ich glaube, manche haben wahrscheinlich eine Sekunde geschrieben, beziehungsweise wahrscheinlich eine Sekunde angemacht und haben dann einfach gesagt, okay, ja, hier, ich will das und das gewinnen, obwohl sie das Video nicht geguckt haben, ist natürlich dann auch Sinn und Zweck Verfehlung des Videos. Tatsächlich wollten aber gar nicht so viele bei dem Gewinnspiel mitmachen, wie wir hier gerade in der Liste ganz gut sehen. Wollt ihr gleich kommen, aber erstmal möchte ich vielleicht noch eins, zwei, drei kleine Worte sagen. Und zwar ist es einfach, ja, ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen und es wurde genau das angesprochen, was ich persönlich vermutet habe. Ihr hört im Hintergrund noch die Vögel. Ich habe wieder mal vergessen, die Tür zuzumachen. Deswegen bitte ich die Sounds da im Hintergrund zu entschuldigen. Nächstes Mal ist sie zu. Und ja, wirklich sehr, sehr viele nette Worte bekommen, sehr viel Lob und natürlich wurde angesprochen, dass ich manchmal zu schnell bin und ja, manchmal damit viel zu euphorisch wirke und mich oft verspreche manchmal. Und das Ding ist einfach, ja, vor allen Dingen zu dem Versprechen möchte ich vielleicht ein ganz kurzes Statement machen. Ich schreibe tatsächlich für meine Aufnahmen, manchmal schreibe ich mir Skripts, so wie ich sprechen will. Manchmal mache ich sehr viel auch freihand, beziehungsweise möchte ich das machen, nehme das dann aber trotzdem sieben, acht Mal auf, bis ich sage, okay, das passt so einigermaßen und akzeptiere tatsächlich eins, zwei kleine Versprecher. Liegt einfach auch vielleicht daran, ja, ich will natürlich semi-professionell YouTube machen. Das ist ganz klar, das ist mein Ziel, das wisst ihr. Ich meine auch allein mein Videokonto, den ich biete, der sagt es schon, dass ich kein typischer Let's Player bin oder sowas. Es wird sehr viele Formate geben. Ich überlege, ob ich einen Tag die Woche tatsächlich sowas wie ein Let's Play mache, so Back to the Roots mäßig, einen Tag die Woche, wo vielleicht ein Video veröffentlicht wird, was in den Let's Plays oder vielleicht einfach was eine Stunde vielleicht geht, mit Kapiteln unterteilt, wo ich ein Spiel spiele, was man sich dann vielleicht so unter der Woche angucken kann. Wenn man Interesse hat, Ziel ist es natürlich aber trotzdem zu sagen, das bleibt natürlich erst ein, das bleibt ein Arma-Channel, nicht erst mal, das bleibt ein Arma-Channel. Es wird sicherlich auch mal vielleicht das ein oder andere Tutorial geben, was außerhalb von Arma ist, vielleicht auch mal ein Gameplay-Video. Aber einfach, weil ich gemerkt habe, und da muss ich mich bei Fabi bedanken, das hat er glaube ich nicht unter diesem Video geschrieben, der geschrieben hat, ja leg doch die Channels zusammen, dann hast du eine größere Reichweite. Da habe ich mich lange gegen gestrebt und strebe mich auch immer noch dagegen. Das heißt, ich will keine Let's Plays hier auf Dauer bringen oder sowas. Aber vielleicht so irgendwann mal das ein oder andere Gameplay-Video als Abwechslung, vielleicht auch mal ein Livestream in einer anderen Sache. Es wird sich auch gewünscht, dass ich mehr Livestreams mache. Und auch dem Wunsch möchte ich natürlich nachgehen. Der wird kommen, momentan tatsächlich, wollte ich schon zweimal Livestreamen, seitdem ich aus dem Urlaub bin. Fakt ist aber eigentlich, was passiert ist, YouTube sagt nein. YouTube hat in Sachen von Telekom extreme Störungen aktuell. Das heißt, ja, es gibt einfach extreme Probleme momentan, weil YouTube scheinbar was Telekom-Kunden angeht, weil das irgendwie Routing nicht richtig funktioniert. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, was heute hoffentlich kommt, wenn der Tag der Aufnahme ist. Das hat einfach 10 Stunden gedauert. Es war ein 30-Minuten-Video, das werdet ihr dann sehen. Das ist ein Zeugs-Video wieder mal. Und es hat einfach wirklich, sage und schreibe, fucking 13... Es war mehr als 10 Stunden, so 12, 13 Stunden. Nee, sogar noch länger. Ich habe frühs angefangen zum Uploaden und irgendwann abends um 10 um 11 war es fertig. Okay, also dann ist es noch viel länger gewesen. Also es war eine sehr lange Zeit. Ja, ich habe glaube ich so gegen 11 oder so angefangen. Ja, das kommt hin. Dann, ja, das kommt hin. So 11, 12 Stunden waren es auf jeden Fall. 11, 12 Stunden, vielleicht auch 13 waren es. Wenn ich YouTube momentan Stream starte, kommt nur die Meldung, dass mein Videopuffer nicht reicht, beziehungsweise meine Leitung nicht stimmt. Habe meine Leitung natürlich direkt gecheckt, habe geschaut, ob da irgendwas nicht stimmen kann. Ist aber tatsächlich nur YouTube. Deswegen muss ich darauf warten, bis es bei YouTube wieder richtig funktioniert. An der Leitung liegt es nicht. Einstellungen sind dieselbe. Und wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Von daher mache ich mir da mal keine Sorgen. Ich habe sehr, sehr viel Anerkennung bekommen für meine Videos in den ganzen Kommentaren. Und auch dafür möchte ich sagen, einfach nochmal danke. Ja, danke für alles, dass ihr da seid. Dass wir hoffentlich noch viele, viele gemeinsame Stunden erleben werden. Viel, viele Videos gemeinsam erleben werden. Tage, Wochen, Monate, Jahre werde ich hoffentlich noch weiter für euch fleißig produzieren. Und dabei euer Feedback bekommen. Wie ihr mich vielleicht dabei unterstützen könnt, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, ihr helft mir natürlich mit einem Like. Ja, ihr seht hier, ihr habt auch das Like, könnt ihr mir auch geben. Übrigens an die Hater, soweit guckt ihr eh nicht. Aber dann lande ich in irgendwelchen anderen Rankings oder so. Also, ich freue mich natürlich über Likes. Aber was mir am meisten hilft, ist tatsächlich, wenn ihr mir eine Glocke gebt. Ihr habt hier so eine Glocke bei dem Channel. Und dass ihr wirklich informiert werdet über meine Videos. Das hilft mir tatsächlich mehr. Und natürlich, wenn ihr die Videos teilt. Wenn ihr die Videos teilt, das würde mich riesig freuen, mich unterstützen. Sei es mit auch einem klaren Kollegen, privaten Umfeld. Ich freue mich natürlich über mehr Erreichbarkeit. Das ist natürlich ein Punkt. Das habe ich auch angesprochen, das ist bei dem Video. Natürlich will man als YouTuber Erreichbarkeit haben. Aber so sei einfach mal dahingestellt. Das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Weil es wurde ja auch gefragt, wie schon gestützt werden wurde. Ich habe auch einen Kommentar tatsächlich gegeldet. Der wurde mir in Facebook geschrieben. Den möchte ich hier auch noch ganz kurz erwähnen. Den habe ich gelten lassen. War einfach sehr ausführlich. War wirklich. Und ja, für mich war es einfach ein qualifizierter Kommentar. Und er hat es falsch verstanden tatsächlich. Aber da er sich die Mühe gemacht hat. Es gab Leute, die haben sich nicht mal ansatzweise die Mühe gemacht, mir zu schreiben. Beziehungsweise das irgendwie hinzubiegen. Obwohl es ja genau hieß, eigentlich letztendlich in den Kommentaren soll es geschrieben werden. Deswegen sind dann auch letztendlich nicht alle durchgegangen. Aber mit diesem Wort würde ich sagen, beginnen wir mit dem Gewinnspiel. Ich muss mich noch kurz einmal rausbauen, was trinken. Und dann geht es direkt mit der Auswertung los. Und ich drücke allen Teilnehmern, die das Video sehen, nochmal Dankeschön. Drücke ich die Daumen, die teilgenommen haben letztendlich. Und ja, wünsche euch viel Erfolg bei der Auswertung. Und bevor es mit der Auswertung losgeht, möchte ich euch natürlich zeigen, dass alles hier regulär läuft. Und zwar, ihr seht hier eine Zufallszahl. Die drücke ich auf Generieren, wie ihr hier gerade ganz gut erkennt. Ihr seht, die 1 und 2 kommt. Das heißt, alles, was ich hier vorne eingebe und hinten gebe, wird genauso ausgewählt. Das heißt, wenn ich jetzt hier 1 bis 5 eingebe, besteht trotzdem die Chance, dass eine 1 kommt. Das sehen wir hier ganz gut. Also nicht, dass dann kommt, okay, die 1 hatte gar keine Chance. Das ist natürlich Quatsch. Von daher würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit der Reihe. Und wir beginnen mit Apex. Da haben sich tatsächlich drei Leute gemeldet. Das war der Jugnosi, das war Deadman, Ubuntu. Und hier nochmal dazu gesagt, wenn ihr jetzt Apex gewinnt, dann könnt ihr nicht mehr das DLC-Bundle gewinnen. Das habe ich im Video gesagt. Einfach, weil ich den Leuten eine Chance lassen will und zwei Leuten die Möglichkeit geben will, das Ganze zu gewinnen. Deswegen drücke ich natürlich bei Apex jetzt die Daumen. Und zwar 1 bis 3, wie wir ganz gut hier erkennen. Und wir schauen mal, wer das ist. Und drücke einfach mal auf Generieren. Und es ist die 2. Und es ist Deadman. Deadman gewinnt von mir persönlich Apex, Arma 3, Apex. Du weißt ja, du hast mich bereits in Steam. Schreib mich bitte an bezüglich. Oder schickst dir einfach je nachdem. Das kann natürlich genauso sein. Und von daher freue ich mich, dass du gewonnen hast tatsächlich. Und ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Und wir lesen natürlich auch den Kommentar vor von Deadman. Das ist natürlich wichtig. Muss man mal gucken. Ich muss mal gucken. Wo ist er hin? Das ist so schwierig. Wenn da ganz viele Kommentare geschrieben haben, dann sehe ich das immer nicht. So, da haben wir es ja schon. Der Chat-DLC ist schon da. Ich bin gerade erst aufgestanden. Dann werde ich mir wohl direkt an den PC schleppen und in die Arbeit versinken. Ich hoffe, ich habe wenigstens die schon eine Chance beim Mitspiel. Ich besitze kein einziges DLC. Ich benutze Adobe Audition als Mixer. Übrigens habe ich das auch probiert, Deadman. Habe es aber leider noch nicht hinbekommen. Aber ich muss sagen, das neueste Audition. Ich glaube, CC 2017 crashed verdammt oft. Aber die ältere Version funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, ich kann zur Gamescom von Anfang Juli. Ziehe ich in den Westen. Und dann bin ich auch in Reichweite. Bin jetzt am PC. Jets DLC ist noch nicht da. Aber. Das ist ein Punkt. Ist ja jetzt mittlerweile da. Ist ja schon ein paar Tage her, ne? Du hast genau 3.300 Abonnenten. Ja. Und danke nochmal dafür für die ganzen Leute, die mich abonniert haben. Vorschlag Discord-Server. Da hast du direkten Kontakt zur Comedy. Ist eine gute Idee. Das wurde eingewandt. Ich denke tatsächlich drüber nach. Das ist mal einzurichten. Muss ich mich damit mal befassen. Habe mich damit noch gar nicht befasst. Ich bin zwar in Discord, aber vielleicht gar keine schlechte Idee persönlich. Ja, an deiner Geschwindigkeit vor allem. Klar, jetzt solltest du arbeiten. Ah, da haben wir es wieder. Den Kritikpunkt, den ich dachte. Du bist immer so hastig und kommst dann teilweise durcheinander und sagst Sachen doppelt. Oder beendest manchmal einen Satz gar nicht. Und dann gehen Informationen unter. Das ist alles Absicht. Ist ein Feature, nicht ein Bug. Nein. Natürlich. Ist ein Problem von mir, was ich selbst, auch mir selbst eingestanden habe in dem Video, was ihr gesehen habt. Ich arbeite dran. Ich versuche dran zu arbeiten, zu verbessern. Ich würde euch heute vorschlagen, bereite dir Texte vor. Da haben wir es. Auch Tutorials zu Mods wie TFAA würde ich mir gerne mehr sehen. Damit hast du auch eine Chance außerhalb deiner Community Aufmerksamkeit zu bekommen. Deine Edit-Tutorials sind ja schon gut. Und da habe ich schon das ein oder andere weitergeleitet. Weil da so viele neue Sachen drin waren. Achso, sorry. Jetzt war ich gerade ganz was neinander. Aber wenn du das immer so hastig und gefühlt ungeplant durchnimmst. Ja, manchmal ist es sehr spontan. Das stimmt. Ich fühle mich ertappt. Ja, ist blöd. Ich weiß. Dann kommt das nicht wirklich an. Viele schalten dann direkt am Anfang wieder ab. Ich hoffe mal nicht. Also ja, kann sein. Tatsächlich gibt es natürlich den einen oder anderen. Ich versuche dran zu arbeiten. Also würde ich wirklich sagen, bereite für große Videos. Und das ist der Punkt. Let's Create und sowas kann ich gar nicht vorbereiten. Videos, Texte vor. Und lasse dann auch andere Leute darauf schauen, ob da alles so richtig ist. Das ist tatsächlich. Eigentlich muss ich das nutzen. Ich habe so viele Leute in den Fakern. Ich habe Deadman als TFAA-Entwickler. Ich muss es echt mehr machen. Aber momentan, ich komme halt immer spontan auf die Idee. Du nimmst heute ein Video auf, wenn ich voll Bock habe. Und dann kann mich auch nichts halten. Aber ich muss da dran echt arbeiten. Das ist ein Fehler. Den gestehe ich mir absolut ein. Bei Tutorials sollten keine Fehler passieren. Wie beim TFA-Tutorial. Ja, habe ich auch tatsächlich runtergenommen direkt. Ich würde mich für beide Gewinnspiele werben. Aber an das DLC-Bandle komme ich sicher auch andersweitig. Also reicht mir Apex. Oh, guck mal, Deadman. Dann hast du ja genau das gewonnen, was du besonders wolltest. Das sind Voraussetzungen für viele. Aber ich habe es nicht, weil es mir am Geld mangelt. Vom Tag kann ich durch einen Freund Apex runterladen und spielen, indem ich auf seinen Account spiele. Aber das ist keine Dauerlösung. Das hat sich ja jetzt damit erledigt, Deadman. Ja. So wie ich dich kenne, so wie ich dich liebe. Ja, das heißt, so wie ich dich auch bei Erlend, der guten Zwei damals kennengelernt habe. Herzlichen Glückwunsch für dich. Kommen wir zum DLC-Bundle 2. Und das wurde sich ja gewünscht. Da gab es tatsächlich mehrere Leute. Wir müssen uns die 5 wegdenken. Wenn es die 5 wird, muss ich einfach nochmal drücken. Und zwar gab es da ein paar mehr Mitspieler, die es haben. Das heißt, wir haben 1 bis 7. Ja. Und wir schauen einfach mal die 1 bis 7. Und wir drücken einfach drauf. Einmal. Und wir sehen, das ist die Nummer 6. Und das ist Ubuntu. Ubuntu hat natürlich auch einen Kommentar geschrieben. Wir gucken ganz kurz rein. Und herzlichen Glückwunsch von meiner Stelle da an dich, Ubuntu, der daran teilgenommen hat. Und damit das DLC-Bundle 2 genommen. Als dich jetzt die Information. Und zwar, dich bitte ich persönlich, mich im Nachrichtenfenster anzuschreiben. In YouTube. Schreib mich über Nachrichten an. Nicht über die Kommentare selbst. Ich schicke dir meine Steam-ID. Du addest mich dann. Wir schreiben. Und ich schicke dir das DLC-Bundle. Aber zu deinen Kommentar. Und natürlich auch das möchte ich darauf eingehen. Also ich habe hauptsächlich über deine Tuts auf deinen... Ich bin damals wieder, wenn ich mich verspreche. Scheiße, Mann. Okay. Das schneide ich nicht raus. Das ist absolut professionell. Also ich bin hauptsächlich über deine Tuts auf deinen Channel gestoßen. Da sie einfach schnell gut strukturiert. Immer up-to-date. Ja, dankeschön. Bei deiner Qualität wundert es mich, dass du nur 3.300 Abos hast. Das höre ich irgendwie öfter, ja. Ich meine, ich kann nichts ändern. Ich glaube, die Leute teilen zu wenig. Ich hasse euch dafür. Nein, Quatsch. Ich freue mich. 3.300, 3.400 mittlerweile ist eine für mich riesige Zahl. Man überlegt, dass so viele Leute meine Videos schauen. Ich stelle mir das mal ein Bild. Das ist eigentlich schon eine Menge. Liegt aber vielleicht auch daran, dass du einfach nur einmal drei Taktik-Tools und nicht live spielst. Ja, ist ein Punkt. Und es wird irgendwann ein Live-Video geben, weil ich es testen, mir auch mal wieder probieren will. Aber es wird keine Dauerlösung. Bevor die Leute jetzt direkt Daumen runter geben. Keine Sorge. Amat 3 Apex würde ich meinen Freund schenken. Würde ich meinen Freund schenken, da ich es schon habe und er ganz so geistig ist, es sich zu holen. Das DLC-Band 2 würde ich behalten, da ich es noch nicht habe. Und Chatfiel und Fliegen liebe. Suche noch einen Clan, wo ich als A10C-Pilot oder spielen kann. Ich hoffe, du bleibst so, wie du bist. Auf weitere 3.300 Abos oder 4.000 Abos vielleicht sogar. Nein, Quatsch. Ja, wäre auch schön, na klar. Riesen-Danke für deine Videos und deine Streams. Team-Unfähig aka Freddy. Team-Unfähig? Ah, warte mal. Du warst doch schon öfter mal im Livestream, oder? Bin ich da ein bisschen, ja? Bin ich da ein bisschen verwirrt? Aber ich glaube, du warst schon... Nein, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch tatsächlich das, was du dir bevorzugt gewünscht hast. Freue ich mich natürlich, wenn es die beiden erwischt hat, die sich genau das gewünscht haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wie gesagt, schreib mir in den YouTube per Nachrichten, nicht per Kommentare. Kontaktiere mich. Ich schicke dir da meine Steam-ID und dann addest du mich ins Team. Und dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Und an die anderen, es tut mir leid. Ihr wisst, nicht jeder kann gewinnen. Aber das wird nicht das Erste. Das war es sowieso schon nicht. Und nicht das letzte Gewinnspiel auf meinem Channel sein. Beim nächsten Mal wünsche ich euch viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Denkt dran, Leute. Ihr seid die Besten. Kein anderer. Bis bald. Euer Martin. Tschüss. Tschüss.